Daily, daily, Yonessa Yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Leute, ich komme so durcheinander, wenn ich Insta-Story mache und vlogge. Wie schaffen manche Leute das? Ich weiß es nicht. Also, ich habe jetzt doch noch die Kamera gegriffen und vlogge. Es ist Dienstagmorgen. Ich werde jetzt einen Workout machen. Und das wird mein erstes Kraftworkout seit über zwei Wochen sein. Gestern war ja auch das erste Mal laufen. By the way, gestern hatte ich ultimative Schmerzen. Hier, wo der Schwabbel ist. Das tat so weh. Ich konnte fast nicht mehr laufen. Und Fabio meinte, ja, bestimmt, weil du das erste Mal wieder joggen warst und so. Und dann dachte ich so, das tat so weh. Aber Gott sei Dank ist heute alles wieder weg. Und ja, jetzt werde ich das erste Kraftworkout machen. Und ich glaube, ich werde wieder eins mit dem Spiegel machen. Da kommen übrigens super viele Fragen immer dazu. Das ist ein Fitness-Spiegel, ein interaktiver. Ihr könnt da ganz normale Workouts drauf machen, die da drauf gespeichert sind. So sieht das Ganze dann aus. Und das ist übrigens dazu da, dass ihr euch parallel auch selber sehen könnt. Ich meine, hier ist jetzt gerade die Sammlung. Aber wenn ihr das anmacht, sieht das halt ganz anders aus. Dann sieht das so aus. Aber das Allerkoolste daran ist, dass ihr da auch Personal Training machen könnt. Und zwar quasi FaceTimed ihr mit eurem Personal Trainer über diesen Spiegel. Also ihr habt wie so ein riesen iPhone oder Handy. Und seht den dann da drauf und könnt dann mit dem zusammen Sport machen, ohne dass ihr euch irgendwie richtig treffen müsst. Und halt noch diese zusätzlichen Workout-Videos. Boah, ich habe mich gerade geschnitten hier am Finger. Ich blute. Und das ist halt mega cool. Und Fabio arbeitet halt für diese Firma. Deswegen haben wir den Spiegel. Also das ist keine bezahlte Werbung oder sonst irgendwas. Aber dadurch, dass ich halt so viele Fragen dazu bekomme, dachte ich mir, ich gehe da mal ganz kurz drauf ein. Und jetzt werde ich mir ein Workout raus suchen. Boah, jetzt 31 Minuten Bauchworkout. What the fuck? Oder 28 Minuten Ganzkörper. Soll ich mir das Bauchworkout geben? Das hier. Ich glaube, ich mache das. Ja, und das ist das erste Mal, dass ich hier im Wohnzimmer, jetzt wo es neu ist, Sport machen kann. Guck mal bitte, wie viel Platz hier ist. Hier stand vorher das Sofa. Ich kann jetzt hier diesen ganzen Platz nutzen. Ich klatsche mir jetzt da die Sportmatte hin. Und let's go. Boah, das wird, glaube ich, einen Träumen schon. Also, ich mache jetzt Sport. So, ich bin ready. Das war echt gut. Also, ich habe jetzt zum zweiten Mal mit diesen Fitnessbändern trainiert. Aber zum ersten Mal Bauch mit Bändern. Und ich hatte ja einmal so ein paar oder eine, glaube ich, nur, Armübungen. Und jetzt habe ich die genommen. Die habe ich ja von Amazon bekommen. Beziehungsweise von einem Hersteller über Amazon. Habe ich euch ja letztens mal gezeigt. Und das war richtig gut. Das sind halt verschiedene Stärken. Also, das ist das Leichteste. Und das ist das Schwierigste. Also, die sind alle gleich lang. Aber wie gesagt, teilt verschiedene Stärken. Und das habe ich dann hier so zusammen gemacht. Und dann so zum Beispiel doppelt um meine Füße gebunden. Also, so. Meine Schleife verabschiedet sich übrigens auch. Und dann konnte ich damit halt so Übungen machen, dass da so ein bisschen Resistance gegeben war. Die Dinger waren echt cool. Und dann sind halt hier auch noch so Sachen dabei. Wenn man die ziehen möchte, dann klemmt man die hier ein. Und hat dann so einen Griff. Richtig gut. Vor allem, die kosten nur 15 Euro auf Amazon. Ich bin richtig begeistert. Hätte ich niemals gedacht. Und dann gibt es die noch. Da kann man das hier mit der Schlaufe ums Fußgelenk machen. Hätte ich eigentlich auch machen können. Ich kann das ums Fußgelenk machen. Hier die Dinge einhaken. Mega. Und dann war hier noch so ein Zettel dabei. Habe ich gerade gesehen. Das ist übrigens unbezahlte Werbung, ne. Muss man ja immer dazu sagen. Und da sind auch mega viele Übungen noch drauf. Und hier sieht man, das Schwarze ist für 13,6 Kilo. Oder was heißt das? Dass das so viel aushält oder so viel Gewicht gibt. Was weiß ich. 13,6. Das grüne 11,3. Das blaue 9,1. Das rote 6,8. Und das gelbe 4,5. Ich habe jetzt das gelbe genommen für die Übung. Weil ich das, wie gesagt, noch nie vorher gemacht habe. Und dann halt meine Hanteln. Ich habe einmal die 2 Kilo. Und 4 Kilo. Die habe ich mir, glaube ich, mal bei Ebay bestellt. Weiß ich gar nicht mehr. Ich hatte auch ganz am Anfang 1 Kilo. Das waren so pinke. Ich habe aber schon ewig nicht mehr. Weil die mir dann auf jeden Fall zu leicht waren. Aber ich wusste halt am Anfang noch nicht, was ich brauche. Ja, auf jeden Fall diese Bänder. Absolute Empfehlung. Ich kann euch die ja nochmal in die Infobox packen. Richtig gut. Hätte ich niemals gedacht. Vor allem für das Geld. 15 Euro für 5 Bänder. Und halt noch Alterung und alles dazu. Mega. Mega. So, und jetzt trinke ich mein Wasser. Ich habe auch ein bisschen Instastory dabei gemacht. Und ein paar Übungen gefilmt und so. Ja, war cool. War cool. Hello. Ich bin wieder zu Hause. Ich war gerade arbeiten. Und noch kurz im Asiamarkt. Ich wollte eigentlich noch einkaufen gehen. Aber das schaue ich heute nicht. Ich muss nämlich jetzt noch ein Video schneiden. Ich bin voll kaputt. Das war irgendwie anstrengend. Das war so nicht. Ja, jetzt mache ich hier noch ein bisschen Mehl. Und schneide mein Video. Und dann Feierabend für heute. Ich muss noch eine Story machen. Das mache ich jetzt zuerst. Ja. Ja, ja. Doch, doch, doch. Und dann schneide ich. Und dann kochen. Ich habe nämlich auch richtig Hunger. Bis auf Frühstück heute Morgen habe ich nämlich noch nichts gegessen. Ja. Genau. Sonst gibt es eigentlich gar nichts zu erzählen. Was ist das denn für ein Standbild? Wow. Oh mein Gott. Es wird endlich wieder gekocht. Das ganze Wochenende habe ich nämlich nicht wirklich gekocht, weil wir noch was hatten. Und Freitag habe ich gekocht. Samstag hatten wir noch was. Freitag habe ich auch was richtig Leckeres gekocht. Das war auch so ein Thermomix-Rezept mit Spätzle und so einer Pilz-Weißwein-Rahm-Soße. Das hatten wir dann Samstag noch. Und Sonntag haben wir bestellt. Und gestern habe ich mir irgendwie so Reste gekocht, weil Fabio schon gegessen hatte. Und heute koche ich wieder. Endlich. Ich vermisse das richtig, wenn ich irgendwie schon alleine einen Tag nicht koche. Und ich war ja gerade im Asi-Markt. Kann ich euch mal ganz kurz zeigen, welche ich mitgenommen habe. Und zwar einmal Udon-Nudeln. Die brauchen wir nämlich auch jetzt. Und da war ich schon in ein oder zwei Asi-Markt. Und Fabio auch. Und die gab es nicht. Jetzt habe ich sie endlich gefunden. Dann habe ich einmal so japanische Weizen-Nudeln irgendwie gekauft. Eine grüne Curry-Paste. Eine gelbe Curry-Paste. Dann sicherheitshalber nochmal Sesamöl, weil das geht recht schnell leer. Und Fisch-Sauce. Aber die gehört an manche Sachen dran. So. Und heute gibt es das hier. Ein Udon-Blumenkohl-Curry. Das ist alles, was wir dafür brauchen. Erdnuss-Öl. Ja, habe ich glaube ich auch noch. Ja, wobei, das könnte auch leer sein. Dann nehme ich Sesamöl. Mal gucken. Schalotten, Koriander. Ach, müsste ich heute Koriander kaufen? Na egal, mag ich eh nicht so gerne. Ich nehme Petersilie. Ingwer habe ich noch. Rote Chili mache ich nicht rein, weil scharf. Knoblauchzehe, Kreuzkümmel, Kurkuma-Salz, Tomatenmark, Kokosmilch, Blumenkohlröschen und Udon-Nudeln. Habe ich alles da. Yum, yum. Fertiges Essen. Nun, es sieht richtig, richtig lecker aus. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Ich habe noch nie Udon-Nudeln gegessen. Bin wirklich mal gespannt. Nomm sie. Übrigens, oft kommt es hin, dass die Thermomix-Rezepte genau die Personen-Anzahl, Portion-Anzahl sind, wie sie sagen. Oh mein Gott, ich labere nur Scheiße. Das sind jetzt aber vier Portionen. Ich glaube nicht. Zumindest nicht für uns. Sagen wir mal so. So, wir gucken jetzt Blindspot. Und ich habe gerade ganz schnell noch ein Dessert gezaubert. Und zwar so eine Orangen... Kannst du mal fokussieren. So eine Orangen-Quark-Creme aus dem Thermomix. Sieht mega gut aus. Und das ist bestimmt auch lecker. Ja, komm, probier mal. Ich muss dir mal was sagen. Ja. Diese Runde ist so richtig verkackt bei Queste. So richtig. Man hat gar keine Chance. Guck, guck, guck. Mhm. Mhm. Jetzt pass mal auf. Schmeckt es oder nicht? Ich muss deiner Gefolgschaft da mal was zeigen. Kannst du mir mal antworten. Das Essen übrigens, das Udon-Curry war richtig lecker. Mhm. Und du hast da Flavetrobs reingemacht, ne? Ganz wenig aber nur. Ja, aber die schmeckt man extremst raus. Vielleicht ist das aber auch die Orangenschale. Also ich habe mehr erwartet. Hm. Das schmeckt mir irgendwie... Ich probier's auch mal. Du hättest, glaube ich, die Flavetrobs nicht reinmachen dürfen. Das ist zu viel. Nee, das ist die Schale. Mhm. Das war wahrscheinlich mehr als gedacht. Und wer hat nur ein Eiweiß zu wenig? Haha, hups. Woher kommen die Schöpfer des Brettspiels Trippet Pursuit? England. Ich würde sagen... England? Ja, weiß ich nicht. Nee. Ich kann dir nur die Antwort nicht sagen. Ja, toll. Ja, hör. Dann tippst du's doch gleich ein. Ja, gucken wir jetzt mal weiter. Ja, warte kurz. Moi. Du wolltest nur irgendwas zu meinen Followern sagen. Ja. Um zu zeigen... Wie dumm ich bin. Richtig. Warte kurz. So. Also. Ich habe mir Quiz-Duell nur wegen dir runtergeladen. Dementsprechend habe ich mich bisher auch nur mit dir angelegt, ne? Mhm. Also. Ist ja meine Statistik. Erstmal kurz dazu. Mal ganz kurz. Erstmal dazu. Ist die Statistik ja nur auf dich bezogen. Wenn du schwanger wärst, würdest du dein Essen, glaube ich, auch auf deinen Bauch stellen, oder? Guck mal. Ja. Na, okay. 48% Siege, 32% Niederlagen. Ich bin ungefähr 16% schlauer. Ja. In welchen Fragen bin ich ganz dumm? In Comics und... So. Und schlau? Am schlauesten bin ich in... Wunder der Technik. Und Körper und Geist und Computerspiele. Und ich, Achtung. Essen und Trinken. Und dann Körper und Geist. Okay, tschüss. Ja, echt. Okay, tschüss. Übrigens. Es kommt aus Kanada. Trill Pursuit. Und ich zeige euch jetzt, warum ich immer verliere. Also, die Frage lautet... Immer vor allem. Willst du mal nicht so ernst. Oft. Du bist eine Lava-Facke. Spül mit... Peel. Habe ich geantwortet. Einfach, weil ich immer zu schnell drücke und zu ungeduldig bin. Das ist wirklich mega oft. Weißt du doch. Willst du abstreiten? Du bist unshaft. War das jetzt deine Beleidigung? Willst du abstreiten? Das war's mit dem Vlog. Ich hoffe sehr, dass er euch gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und auch einen Kommentar da. Ansonsten könnt ihr hier sehr gerne in meinen letzten Vlog reinklicken. Hier unten findet ihr die Playlist. Hier gibt es den Vlog von vor genau einem Jahr. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog.